Knopf Brille, ja Was kann man denn gut für eine Brille nehmen? Eigentlich so eine schöne schwarze Brille Nee, machen wir Grenze rein Das war's, was kann man denn gut für eine Brille nehmen? Zack Und eine Sonnenbrille machen wir noch Ähm, Glas Nein, ich brauch schwarzes Da Blau Aber die mach ich blau Irgendwann braucht wahrscheinlich die brutalsten Figuren Ich kann damit scheiß Brillen an Ähm, grün Ich brauch noch eine Brille einfach Drei Okay Ah, Zack Okay 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 Bye Bye Nein, das sieht scheiß aus. Ich finde, das sieht irgendwie noch ein bisschen besser aus. So, mal gucken, was die anderen gebaut haben. Cool, aber nicht so cool. Hier gibt es auch einen Kacke. Erstmal, der hat keine Augen und keine Ohren. Da kennt man gar nichts drauf. Okay. Ist das Stein? Nehmen wir mal Kacke draus, weil es aus Stein ist. Wer teilt so eine Steinbrille? Der ist geil gemacht. Ah, Farbenspinnung und dann hat er hier drin halt diese Nasenaufsätze hat er gebaut. Kacke ist doch eine Oma, Bruder. Okay. 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 Ich finde es nicht geil. Das könnte ich sogar gewinnen. Es ist gut. Das ist echt gut. Ist halt doof, dass er den Kopf nicht beendet hat mehr oder weniger. Was? Ich bin neunter geworden. Fand jetzt nicht so geil, aber gut. Dann gehen wir in die nächste Runde. Was? Das ist jetzt nur eine Stereoanlage und teste sie gleich. Leute, ich mach einfach ne Wasser-Contain, ne? Lass so'n Staudamm brechen. Ja, ich krieg's nicht mehr hin, Staudamm zu bauen. Zack. 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 Wieso geht hier das Waffe nicht einfach wieder weg? Nee, ähm, ich war glatt. Das sieht sowas von kacke aus Leute. Das sieht sowas von kacke aus, und das sieht sowas von kacke aus, und das sieht sowas von kacke aus. Das sieht sowas von kacke aus, und das sieht sowas von kacke aus. Das sieht sowas von kacke aus, und das sieht sowas von kacke aus, und das sieht sowas von kacke aus. Das ist grauenhaft geworden, aber gut. Das sieht sowas von kacke aus, und das sieht sowas von kacke aus. Das sieht sowas von kacke aus, und das sieht sowas von kacke aus. Das sieht sowas von kacke aus, und das sieht sowas von kacke aus. Das sieht sowas von kacke aus. Das sieht sowas von kacke aus, und das sieht sowas von kacke aus, und das sieht sowas von kacke aus. Das sieht sowas von kacke aus, und das sieht sowas von kacke aus, und das sieht sowas von kacke aus. Das sieht sowas von kacke aus, und das sieht sowas von kacke aus, und das sieht sowas von kacke aus. Das baue ich halt noch schnell einen Tisch. Wo ist normales Holz? Geil. Und da. Atme ist sowas von congressional aus, und das sieht sowas von kacke aus. Das nächste fútTER sería das improv, und ich 이것 사�ギ энерг mit nem promozi Shift. Und die keine kleinen kindern. Alsoo Bohe. Das ist sowas von kart- exploding autos commerce. Oder schon, wo steht jetzt sowas von kacke aus. Ich glaube, das sieht sowas von nach nach. Und das meine spilled Gäste habe aufgel. Erstmal einen schönen Tisch bauen, der gar nicht dazugehört und ich damit schon Zeit verschwendet habe, das ist super. So. Gibt es gar nicht. So. 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 Der Tisch sieht aber irgendwie gleich geiler aus. Mann, das funktioniert nicht in der Version. Der Tisch sieht aber nicht in der Version. Ist scheiße geworden. Nein, nicht super, aber kacke. Kacke fand ich jetzt auch nicht so toll. Hey, ich hab einfach so einen 3 Meter großen Löffel. Ja, also, ich tatsache, die Tienkau. Ja, das ist sogar richtig gut, das geht nur okay, das finde ich wenigstens. Prinzipiell von der Idee schwierig, aber war gut. Da war jemand auch ganz lustig bei der Namensgebung. Also das ist wirklich hässlicher geworden. Nee, ist aber krass. Fünfter.